Hahahaha Geil! Könnte ich aber nicht. Ich dachte, die würden schon beim Autofahren schon. Ja, Alter. Es ist eng. Es ist eng. Hier ist ja alles reich. Keine Wände. Keine Wände. Keine Wände. Keine Wände. Ich glaube, die wollen Wasser. Keine Wände. Hahahaha Oh, was war das? Ich lebe noch! Auf einmal um 90 Grad zur Seite gekippt. Oh, und jetzt rollen wir. Ja. Ich auch. Was ist das denn hier für eine Waffensauerei schon wieder? Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe.